ja herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe beim killer wochentalk ich hoffe euch geht es gut ich hoffe ihnen geht es gut ich hoffe sie hatten eine schöne woche ich hoffe er hat eine schöne woche und diese woche geht es rein in eine der sicherlich interessantesten folgen am kieler wochentalk und zwar haben wir diese woche den ersten digitalen gruppenwahlkampf vom kieler wochentalk mit dabei haben wir drei kandidatinnen und kandidaten welche sich für den bundestag für den bundestag wählen lassen und zwar luisa amtsberg von den grünen und thomas stritzel von der cdu von der spd haben wir die stellvertretende fraktionsvorsitzende dabei aus dem land schließlich deutschstein und zwar sehr viel mit der club in den rhein würde ich jetzt sagen in den wahlkampf wir haben drei große themen welche wir ansprechen und zwar gibt es erstmal eine vorstellungsrunde wer sind überhaupt die kandidatinnen und kandidaten dann haben wir corona wie geht es weiter mit corona soll es eine allgemeine impfpflicht geben und den klimawandel ist der klimawandel noch zu stoppen welche maßnahmen müssen ergriffen werden um den klimawandel zu stoppen darüber werden wir diskutieren darüber führen wir jetzt eine debatte beim kieler wochentalk und ich würde sagen jetzt gehen wir rein in den gruppenwahlkampf viel spaß und gleich nach dem wahlkampf geht es einfach rein in einen kleinen kandidatinnen und kandidatencheck wer denn überhaupt bundeskanzlerin oder bundeskanzler für die bundesrepublik deutschland werden möchte ja schön sie alle zu sehen ich hoffe ihr tag war bisher angenehm in zwei wochen steht der bundestagswahlkampf an und ich würde sagen legen wir los und zwar mit einer kleinen vorstellungsrunde vielleicht fangen wir an mit den damen möchten sie sich vorstellen zu beginn luise magst du anfangen genau wir gehen einfach alphabetisch vor dann löst sich das problem ja mein name ist luise amtswerk ich bin mitglied des deutschen bundestags seit 2013 für die grünen im deutschen bundestag flüchtlingspolitische sprecherin 36 verheiratet kleines kind lebe in kiel ja moin mein name ist erp ich bin landes und fraktionsvorsitzende schleswig-holsteinischen landtag ich habe mich nicht wie luise auf den weg gemacht noch weiter weg zu gehen und kandidieren nicht für den bundestag bin aber natürlich als stellvertretende parteivorsitzende jetzt auch mitten im bundestagswahlkampf wie viele viele andere auch bin auch verheiratet habe zwei jungs und bin 46 jahre alt und meine schwerpunktthemen sind auch migrationsflucht themen immer gewesen aber auch ich bin leidenschaftliche familienpolitikerin ja mein name ist thomas schnitzel geboren in hamburg lebt 40 jahren in kiel eine 17 jährige tochter von der ausbildung her bin ich jurist zurzeit bin ich am deutschen roten kreuz in retzburg anförde beschäftigt wir machen hier wesentlichen impfen und testen haben zwei testzentren zwei impfzentren und bauen gerade ein neues engagement drei kindertagesstätten auf zurzeit bin ich direktkandidat der cdu für den wahlkreis altenholz kiel und kronzhagen dem landtag habe ich schon länger angehört 20 jahre ich war auch mal vizepräsident des schleswig-holsteinischen landtages im deutschen bundestag habe ich von 2013 bis 2017 angehört war dort im gesundheitsausschuss tätig in den bereichen wirtschaftliche zusammenarbeit und verteidigungsausschuss und bewerbe mich jetzt erneut um das vertrauen als direktkandidat für den wahlkreis altenholz kiel und kanzler vielen dank dann sind wir gut sind wir gut und vollständig in der gruppe und ich würde sagen kommt direkt zum ersten thema und zwar die frage warum sollte man sehen ihre partei wählen steigen wir mal direkt hart ein gleiche reihenfolge wieder das heißt ich ja okay wir können ja mal wir können ja die einrichtung hin und in die andere richtung wieder zurück oder so damit das hier ist ja immer auch unterschiedlich wer anfängt und so weiter bündnis 90 die grünen stehen für die konsequente einhaltung des 1,5 grad fahres das heißt unsere partei steht für konsequenten klimaschutz aber auch und das liegt mit unserer in unserer geschichte begründet für starke bürgerrechte wir sind ja entstanden unter anderem aus einem teil der bürgerrechtsbewegung in der ddr das heißt bürger und freiheitsrechte dazu gehören auch die rechte von geflüchteten menschen aber auch unsere freiheitsrechte ganz im allgemeinen und eine ja solidarische außenpolitik die mit augenmaß vorangeht was man ja von den letzten monaten glaube ich ein wichtiges thema geworden ist auch noch mal sichtbar gemacht hat das heißt klimaschutz umweltschutz menschenrechte feminismus bürgerrechte das sind die themen der grünen und wer da einen paradigmenwechsel will dem erläutere ich das gern auch noch aber der könnte gut die grünen wählen ja ich finde es gibt dieses mal sehr 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 viele gute gründe die spd zu wählen das kreuz bei der spd zu machen das eine ist dass wir einen plan haben einen planer mit unserem kanzler kandidaten olaf scholz und zwar sehe ich das auch so natürlich für luise ist eines der größten herausforderungen ist den klimawandel zu stoppen für unter sozialdemokraten sozialdemokraten ist aber auch wichtig sicherheit im wandel zu geben weil es natürlich auch viele viele jobs betrifft und viele menschen fragen sich im ziel sind wir uns ja alle einig dass da viel passieren muss aber wir sind die schritte dorthin wie werden sie beschrieben wie bauen wir unsere wirtschaft um unsere industriearbeitsplätze aber auch mobilität digitalisierung landwirtschaft wohnen auch all das hängt natürlich dann auch mit dem mit dem klimaschutz beziehungsweise dem klimawandel zu stoppen zusammen da haben wir einen einen plan vorgelegt den wir miteinander gehen wollen um die schritte auch zu beschreiben das nächste wichtigste thema ist mit niemanden verwundern ist natürlich der mindestlohn auf mindest 12 euro anzuheben denn menschen verdienen es respektvoll behandelt zu werden vor allem wenn sie den vollzeit job haben müssen sie auch davon leben können deswegen wollen wir den mindestlohn annehmen das wird auch eines der ersten punkte sein die olaf scholz dann sofern das am 26 9 dann reicht das bundeskanzler noch umsetzen wird bezahlbares wohnen bleibt eines unserer wichtigsten themen auch für die zukunft viele viele menschen können sich den bezahlbaren wohnraum und früher war das jetzt so dass man eher in den großen metropolen immer gedacht hatte ist das problem aber es ist mittlerweile wirklich auch schon in schlichtig holstein auch in den mittelstädten mittlerweile so weit dass der wohnraum sehr knapp ist und dementsprechend sehr sehr teuer und da müssen wir auch mehr bauen das heißt mindestens 400.000 neue wohnungen davon 100.000 im bereich soziales wohnen das werden die dinge sein die wir angehen werden und als familienpolitikerin wird es niemanden wundern dass ich mir natürlich dann auch die kindergrundsicherung endlich wünsche wir haben jahrzehntelang rumgedoktert am system um kinder aus der kinderarmut zu holen aber wir haben festgestellt es funktioniert nicht und deswegen wollen wir das system vom kopf auf die füße stellen eine familienleistung zusammenführen zu einer leistung damit kinder und mögliche nicht mehr in armut aufwachsen müssen und das geht natürlich einher auch mit dem kostenfreien öpnv und ganz tags betreuung und natürlich dem kostenfreien mittagessen in der schule so viel von mir ja auch die cdu hat ein programm im zweifel das bessere aber lassen mich als direktkandidat für den wahlkreis 5 auch sagen dass ich mir natürlich gedanken mache was hilft unserem wahlkreis direkt ich will aber schon darauf hinweisen dass grundsätzlich der richtungs unterschied zwischen den beiden anderen vorgestellten programm und dem der cdu ist dass wir sehr stark darauf setzen dass wir menschen nicht bevormunden dass sie auf augenhöhe mit ihnen versuchen die neuen wege zu gehen und das heißt klimaschutz und wohlstand zu sein zueinander zu bringen beides ist wichtig habe jetzt gerade gehört dass überall geld ausgegeben werden soll aber der entscheidende punkt ist ja auch das geld was wir woanders ausgeben wollen müssen wir zunächst mal verdient haben und das heißt für mich für den standort kiel dass wir kiel nicht abkoppeln von der infrastruktur die wir brauchen um arbeit und ausbildung in kiel möglich zu machen das ist ein klares bekenntnis dazu dass wir die a21 fertig stellen da geht es nicht um neubau sondern fertig stellen und da keine infrastruktur ruine zu schaffen und somit verkehre entlasten da geht es um die frage schutz unserer ostsee will sagen räumung der ostsee von dem schrott aus dem zweiten weltkrieg das habe ich schon seit meiner zeit im deutschen bundestag gefordert mich dafür auch national wie international eingesetzt resolution noch einstimmig verabschieden lassen können es muss jetzt endlich was passieren und deswegen auch hier innovation neue ideen über die wissenschaft und die umsetzung über unsere werften das ist eine echte chance maritime wirtschaft darüber hinaus in meinem verständnis natürlich auch die frage bundesaufträge für unsere werften wobei ich dann von den werften auch wiederum erwartet dass sie dann auch unsere mittelständische industrie mit einbeziehen bei den folgeaufträgen und nicht woanders spazieren gehen wichtig für uns als ein land ohne rohstoffe ist die frage der bildung die bildungsdigitalisierung muss fortgesetzt werden und verschnellert werden das ist was wir zurzeit haben ist ein zustand der nicht akzeptabel ist wir brauchen an den schulen wlan wir brauchen administratoren an den schulen wir brauchen entsprechend qualifiziert und validierte lernprogramme die digital abgespult werden das ist alles noch nicht hinreichend aber die digitalisierung grundsatz der nächste punkt die netz out der netzausbau wenn man hier durchs land fährt fährt man durch viele funklöcher auch das ist nicht befriedigend auch da müssen wir massiv antreten und als letztes würde ich sagen der gesundheitsstandort kiel region kiel ist für mich zentraler punkt wir haben gute krankenhäuser aber die brauchen planungs investitionssicherheit da muss der bund mit ran und dann glaube ich haben wir eine gute chance unsere vorreiterrolle die wir in vielen bereichen haben in kiel im gesundheitsbereich auch im start-up bereich zu stärken das habe ich mir vorgenommen es geht letztlich darum über innovation neue angebote in kiel zu erwirklichen und umzusetzen in arbeit und ausbildung alles klar da kommen wir direkt zu unserem ersten großen thema und ich würde sagen wir starten mit der spd wie möchte denn ihre partei deutschland nach zwei jähriger fast zwei jähriger korona pandemie und block down aus dem block down bringen oder aus der pandemie wieder rausbringen an mir waren sie gerade kurz weg können sie noch mal die frage wiederholen ja wir leben jetzt seit knapp zwei jahren mit korona wie möchte denn ihre partei deutschland aus dem block down oder aus der pandemie allgemein rausbringen jetzt kann er stritzel einmal anfangen oder ruise leider wieder moderator nicht 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 selbstständig ja gut dann fange ich an wenn die spd nicht möchte mache ich das cduv spd finde ich auch eine gute reinfolge auch bei der wahl her also einmal lockdown hat uns glaube ich in deutschland massiv in den verschiedensten bereichen beeinträchtigt das ist nicht nur wirtschaftlich nicht nur finanziell das ist für mich auch die frage psychisch familiär es war eine hohe belastung für einzelne für familien für alleinerziehende aber eben auch für den ganzen arbeits- und wirtschaftsprozess und es wird jetzt eine Herausforderung sein unsere wirtschaft möglichst schnell wieder so auf die beine zu stellen dass sie all das bezahlen kann wovon vorhin gerade so trefflich gesprochen wurde und das heißt für mich dass wir jetzt wieder möglichst in die in die alten formen in die hergebrachten formen insoweit was produktion einher geht das heißt dass wir die reichen so stellen dass sich produktion jetzt möglichst schnell wieder anspringt da hat die bundesregierung viel getan denn sie hat die firmen sehr stark unterstützt wir haben ja einen dreistelligen betrag an milliarden beträgen also es ist ja das kann man ja gar nicht vorstellen was da ist ja tausende von millionen die da zur verfügung gestellt wurden in dem lockdown bereich das sind schulden von morgen die müssen wir heute und morgen zurück verdienen wenn wir sie nicht unseren kindern hinterlassen wollen also ist die frage des ankurbeln zur wirtschaft eine zentrale rolle ich will sagen ich bin der großen koalition das gilt für die spd wie cdu die an der regierungsverantwortung waren dankbar dass zum beispiel das kurzarbeitergeld entsprechend auch eingesetzt wurde um entlassungen der krise zu verhindern ich glaube das hat deutschland gut gemacht und da kann man auch der regierung merkel nur sagen das haben sie prima gelöst es gab ja für alles kein vorbild es war ja alles völlig neu und man musste sich schritt für schritt vortasten also hier einmal wirtschaft wieder in schwung bringen und deswegen sind wir auch dagegen als erstes kaum dass wir aus dem lockdown raus sind die steuern zu erhöhen das würde wirtschaftstätigkeit abwürgen damit arbeits- und ausbildungsplätze kosten und deswegen sind wir in dem punkt gegen steuererhöhung punkt zwei die digitalisierung massiv vorantreiben es muss zur daseinsvorsorge gehören glaube das was wir in der vergangenheit erlebt haben in den strukturen wie in deutschland digitalisiert aufgebaut wurde reicht bei weitem bei weitem nicht aus da muss jetzt mal richtig dampf aus den kessel gelegt werden wenn das sind wir in der tat alles andere als führend in europa und es müsste unser anspruch seine führend zu wirken führen zu werden und dann ist die frage was wir verlieren in unseren arbeitsprozessen aus aus corona ziehen können da bin ich den sozialpartnern sehr dankbar dass jetzt darüber auch miteinander ins gespräch kommen was sind moderne form des arbeits und zum beispiel im dienstleistungssektor ein bereich kann home office sein und wird sicherlich auch home office sein aber es kann nicht der einzige sein und wichtig für mich ist dass für unseren kinder die nun wirkliche lücken im lernen und auch in der entwicklung haben hinnehmen müssen weil sie nicht mit freunden spielen durften weil sie keine kein lehrangebot hatten weil sie zu hause bleiben mussten dass wir hier auch unterstützung und hilfe geben so weit es irgend geht damit sie nicht eine lücke nachher später in der lebensentwicklung haben das wieder schnellstmöglich wieder aufholen es ist ganz ganz wichtig dass wir jungen menschen nicht eine chance nehmen durch lockdown sondern dass wir jetzt daraus die lehren ziehen und sagen es ließ sich nicht vermeiden aber jetzt sind wir alle dabei wenn es darum geht euch eine gute zukunft zu bereiten so dann mache ich einmal weiter im grunde genommen wenn man sich das anschaut vor allem die letzten anderthalb jahre sieht man ja dass wir deutschland und auch die menschen dass wir sehr sehr gut durch diese krise gekommen sind und das haben wir natürlich einmal auch der arbeit der bundesregion die insbesondere dann auch wenn wir das wundern oder scholl zu verdanken mit dem konjunkturpaket was wir auf den weg gebracht haben mit dem konjunkturprogramm in diesem programm wurde nicht nur arbeit gesichert wie zum beispiel mit dem kurzarbeitergeld sondern wirklich zukunftsweisende programme auch auf den weg gebracht und wir haben ein ziemlich hartes fashion gekriegt wo niemand sich an unsere seite gestellt hat als wir gesagt haben wir wollen nicht mehr die dieselmotoren im bereich mobilität fördern sondern wir gehen ja ganz klar auf e-mobilität und werden hier auch noch mal die krise auch dafür nutzen akzente für die zukunft zu setzen das ist ja auch eine richtige entscheidung gewesen aber auch die bereich wasserstoffstrategie gerade auch für die länder zur verfügung zu stellen hier sich weiterzuentwickeln also das eine ist sozusagen in der krise arbeitsplätze zu sichern aber dann wiederum gerade auch um unser klima dann auch zu schützen hier dann auch neue neue technologien und auch in neue energieformen dann auch zu investieren das hat sehr sehr gut funktioniert und geklappt sogar die förderung von den von den ladesäulen für die endverbraucher innen ging ja weg wir schnitten brot das programm kann man ehrlich gesagt auch gleich wieder auflegen also von daher sieht es gar nicht so düster aus und dann ist mir wirklich sehr sehr wichtig wenn wir darüber reden über deutschland das ist natürlich auch darum geht unternehmen unternehmerinnen dann auch und vor allem auch die die soloselbstständigen die kreativen viele die natürlich in der krise sehr sehr gelitten haben durch die lockdowns die gastronomie hotellerie aber wir haben auch absolute gewinner in dieser krise das vergessen immer ganz viele alle finanzminister innen in den ländern mussten jetzt noch mal korrektur vornehmen weil die ausfälle gar nicht so hoch ausfallen wie sie das vorher gedacht haben dass nun die medizintechnik ist wohnmobilhersteller fahrrad geschäfte aber auch tourismus im eigenen land also wir haben hier in vielen vielen bereichen lebensmittelveredelung also ich bitte dann darum auch sozusagen das auch mit zu denken denn wir sind ein sehr sehr starkes land und wir haben eine starke wirtschaft und das hat sich jetzt auch in der krise auch noch mal noch mal gezeigt das heißt investitionen waren wichtig aber wir gehen noch einen schritt weiter denn wir haben auch sind der festen überzeugt dass man in einer krise oder in in einer schwierigen situation im land nicht gegen ansparen kann sondern auch hier weiter zu investieren deswegen ist der ganz klare wunsch auch um den umbau der industrie und der wird ja voranzutreiben in den nächsten jahrzehnt mindestens 50 milliarden auch weiter zu investieren in unsere gesellschaft und ich glaube das ist die beste investition für die zukunft in die struktur in die infrastruktur zu investieren letztendlich schafft es arbeitsplätze sichert arbeitsplätze und das bringt auch wieder steuereinnahmen und das wird auch eines unserer ziele sein der aller aller wichtigste punkt aber um durch diese pandemie zu kommen machen wir uns da nichts vor der kostet im moment den menschen nichts und das ist das impfen und wir haben jetzt wirklich genügend impfstoff da am anfang war es knapp aber jetzt ist er da er wird überall zugänglich gemacht ob das die impfzentren sind die mobilen impfzentren ob das vor stadien ist ob das auf volksfesten ist vor jahrmärkten überall gibt es impfangebote für die menschen und die menschen müssen sich oder sollten diese angebote jetzt auch wirklich dann auch wahrnehmen also so niedrigschwellig wie möglich in diese angebote weiter fortzusetzen sich zu impfen weil wir brauchen eine vernünftige impfquote damit wir tatsächlich durch diese pandemie dann auch kommen weil wir dürfen ja nicht vergessen dass ja nicht jeder die möglichkeit hat sich impfen zu lassen insbesondere die unter zwölfjährigen können sich im moment nicht impfen lassen weil da gibt es leider für die kids noch keinen impfstoff das heißt jeder der sich impft schützt sozusagen oder trägt einen beitrag dazu bei auch die anderen die sich nicht impfen lassen können auch ältere oder menschen mit anderen erkrankungen die sich leider nicht impfen lassen können diese auch zu schützen das wissen wir das haben die wissenschaftler in den predigen das ehrlich ich sag schon von anfang an von daher zu werben für das impfen 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 zur digitalisierung hat herr stricke auch schon einiges gesagt ich würde mir wirklich wünschen dass wir die erkenntnisse und machen wir uns nichts vor das ist ja nicht wegen corona haben wir die erkenntnisse sondern corona hat ganz ganz vieles aufgelegt wo wir einfach noch nicht so weit waren auch diese chance der digitalisierung auch wirklich dafür zu nutzen auch weiterhin im bildungsbereich da auch voranzuschreiten diese neuen formen und neuen möglichkeiten auch nutzbar zu machen und das schlimmste wäre das nach corona die ganzen digitalen endgeräte die man hat dass sie dann sozusagen in der schule im schrank wieder verschwinden und abgeschlossen werden weil das kann es natürlich nicht sein weil die digitalisierung natürlich auch ganz ganz viele vorteile bringt auch neue lernformen auszuprobieren hier geht es natürlich nicht nur alles online zu machen aber offline und online vernünftig miteinander zu verbinden das wäre auf höhe der zeit und vor allem machen wir uns nichts vor das ist auch die neue arbeitswelt und da dann auch die kinder und jugendlichen vernünftig vorzubereiten mit guten angeboten das muss tatsächlich einmal das ziel sein das mal einen punkt sonst will ich zu lang ja ich glaube weil ich weiß ja louis karl dass wir eine ganze reihe von fragen noch offen haben ich wir kommen damit nicht durch bis um 15 uhr wenn wir so weitermachen deshalb würde ich mich jetzt auf einen punkt konzentrieren also erstens möchte ich sozusagen das statement abgeben dass in dieser frage ich mir wünschen würde dass wir als fraktionen demokratische fraktion noch mal ein bisschen mehr den schulterschluss suchen versuchen weniger die unterschiede herauszuarbeiten sondern wirklich zu definieren was ist das was wir jetzt sozusagen zu leisten haben weil es ist eine globale pandemie und wir müssen da gemeinsam durch da wird es keine parteifärbungen geben können sondern wir müssen schauen was bringt uns am besten raus und ich finde jetzt wenn ich mir so auch auf die und das kann ich auch selbstkritisch sagen als grüne jetzt auf die maßnahmen das land auch beschlossen hat schaue dann glaube ich dass wir jetzt gerade in der situation sind wo wir wieder einmal unterschätzen was kommt ja wenn wir jetzt nur noch sagen die hospitalisierungsrate ist die maßgabe nicht mehr der inzidenzwert kann ich als mutter von einem kleinen kind sagen dass ich nicht impfen lassen kann das bringt mir zu kurz wenn wir jetzt sagen 3g regel also auch leute die getestet sind können in alle cafés und kinos rein und dürfen da auch die maske abnehmen dann sage ich voraus dass das ein politischer fehler ist das möchte ich ja einmal festhalten ich bin gerade nicht glücklich mit der coronapolitik weil ich glaube sie bringt uns wirklich wieder in eine situation lässt das virus mutieren und am ende bezahlen wieder einmal die 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 ganze zeit schon die kosten tragen und zwar relevante nämlich die jungen leute wir haben ja ein problem und das gilt es rauszuarbeiten nämlich dass wir immer noch leute haben die sich nicht impfen lassen gar nicht so sehr aus ideologischen gründen sondern aus bequemlichkeit wie ja auch statistiken zeigen und das finde ich einfach krass und unsolidarisch und ich würde mir wirklich wünschen dass ja also niemand will pflicht impfpflicht haben so weil das einfach krasse ansagen sind an die persönlichkeit ja jemand zu verpflichten sich impfen zu lassen aber was man schon tun kann und das finde ich kann man auch offen ansprechen ist dass man es komfortabler macht sich impfen zu lassen und das geht natürlich nicht wenn man einfach keine einschränkung mehr hat ja also außer sich testen zu lassen und das ist gerade der weg den wir nehmen und den finde ich falsch das möchte ich explizit sagen weil ich auch weiß wenn ich jetzt ins kino gehe als geimpfte aber da sitzen lauter getestete die weiß nicht auch ohne maske da sitzen ich kann das virus weiter verbreiten und zwar unter anderem an meinen sechsjährigen sohn und das möchte ich nicht so und deshalb wünsche ich mir dass wir jetzt noch mal eine weile durchhalten dass wir nicht die wirtschaft einschränken herr strizer hat es ja zu recht gesagt am anfang wir müssen wirklich gucken dass wir da rauskommen aus diesen halb und zeitweisen doch da uns aber dass wir klar machen ja geimpft hat man hier volle zugänge ungeimpft eben nicht und das ist wirklich auch meine position weil ansonsten glaube ich wirklich kommen wir nicht raus aus dieser ewigen schlaufe des hier mal einschränken da mal wieder notfallmaßnahmen und so weiter das halte ich für notwendig und vor allen dingen weil es eben eine große gruppe von menschen gibt die sich nicht impfen lassen können alle unter zwölfjährigen und auch da wissen wir die verläufe sind nicht immer total unkompliziert statistisch vielleicht aber im einzelfall und dieses risiko will ich als mutter von einem sechsjährigen nicht eingehen im einzelfall eben nicht und deshalb finde ich auch bei der frage in welchen berufsständen sozusagen wird sind menschen geimpft und welche nicht es ist ja nachvollziehbar dass mütter und väter jetzt stehen und sagen irgendwie würde ich gerne wissen ob die erzieherinnen in der kita geimpft sind oder die lehrerinnen und lehrer weil man damit ja auch ein risiko eingeht ja und ich glaube darüber brauchen wir noch mal eine offene debatte und müssen wirklich an die leute ran treten die aus bequemlichkeit sagen ich lasse mich nicht impfen da noch mehr überzeugungsarbeit leisten und auch dafür zu sorgen dass man jetzt auf die ganz jungen guckt weil die hat man in der ganzen pandemie das muss man einfach so sagen gerade in dem ersten jahr völlig vergessen so die schulen waren dicht das muss man sich mal vorstellen im land wie deutschland so das höchste gut dass wir haben unsere bildung und das darf nicht wieder passieren und schulschließungen kann man am besten umgehen wenn man eine solidarische politik für die jüngsten macht und das heißt die anderen die sich impfen lassen können müssen es jetzt auch tun und da müssen wir mehr druck hinterpacken vielleicht wollen sie auch eine kleine diskussion haben ich finde ich finde das richtig vielleicht lassen wir das erst mal beantworten weil wir müssen wirklich auf die zeit gucken also ich muss in einer halben stunde raus aber es ist ja ein wichtiges thema und ich wollte nur sagen ich springe dem ja bei dass wir sagen bitte impfen lassen es gibt nur ein weg aus der krise dass die impfung ich finde bei dem anderen punkt auf eins hinweisen es geht auch beim maskentragen um grundrechtseinschränkung und der gesetzgeber und der grundrechte trägt der einzelne die trägt nicht der staat für mich die trage ich gegenüber dem staat er sichert meine freiheit und der eingriff in diese grundrechtsfreiheit diese persönlichkeitsfreiheit der muss immer angemessen sein und die abwägung im einzelfall ist natürlich schwierig aber das ist der hintergrund warum man jetzt sagt wenn ein geimpfter oder genesener ein 1 hoch minus 10 niedrigeres potenzial hat ansteckend zu sein dann ist die allgemeine maskenpflicht nicht mehr verhältnismäßig und die andere frage ist kann ich nicht auch freiwillig maske tragen selbstverständlich dass mit dem sohn das beispiel fand ich sehr eindeutend aber dann muss man vielleicht sagen okay ich habe da vorsorge und dann trage ich eben meine maske freiwillig ja als vor als genannt vor schritten verordnungsmäßiger vorhalt nein ich stimme ihnen voll zu der punkt ist nur dass jetzt auch sozusagen nicht geimpfte und genesene ohne maske in einem kino sitzen können und das führt dazu herr streize weil sie haben ja recht die grundrechte sind erst mal da es geht ja nicht um das zurückgeben von grundrechten ja um das einschränken sondern es geht um das zurückgehen von grundrechten ja die wir haben und ich werde sowieso maske tragen und ich werde halt auch nicht und das ist eben die downside des ganzen ich gehe halt nicht ins kino wenn ich weiß dass da getestete ohne maske sitzen das heißt von den persönlichen freiheiten von denen sie reden kann ich als geimpfte gar nichts gar nicht profitieren weil mir ist das risiko persönlich zu hoch und das wollte ich nur problematisieren ja wenn das sozusagen jetzt für alle gilt geimpfte und nicht geimpfte kommen wir eine schieflage die wieder dazu führt dass wir eben nicht voll unsere freiheitsrechte zurückbekommen wie es sich gehört weil wir eben nicht mehr ansteckend oder weniger ansteckend sind also da ist keine verhältnismäßigkeit und das finde ich müssen wir jetzt diskutieren das ist ein punkt oder sehen sie da sind wir unterschiedlicher meinung weil auch der getestete einen frischen test haben muss und keinen test von anno dazu machen und die viren das sei jetzt mal medizinisch gewisse zeit brauchen bis sie sich überhaupt entwickeln können aber das ist jetzt eine andere frage insofern teile ich das gefährden die gefährdungsanalyse von ihnen so nicht aber wir sind uns ja einig im punkt impfen 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 und das ist möglich in der tat wer impft schützt sich selber aber schützt andere und diese form von diese bereitschaft zur solidarität sollten wirklich alle dies können auch aufbringen wie stehen sie denn zu einer allgemeinen impfpflicht gerne ein kurzes jahr nein und eine kleine begründung starten wir mit der spd ich glaube da haben wir jetzt alle drei ja schon uns ganz klar zu geäußert es wird keine impflicht also ich halte auch nichts von der impfpflicht aber ich finde schon dass sozusagen man es komfortabler machen sollte für die menschen sich zu impfen also tatsächlich einfach ein bisschen klar sagen wenn ihr euch nicht impfen lassen werdet ihr einfach auch einschränkungen im alltag haben zum schutze anderer zum beispiel der unter zwölfjährigen ja und deshalb keine impfpflicht aber klar machen dass diejenigen die zu bequem sind das zu tun dass es für die einfach bequemer sein sollte sich impfen zu lassen so also das leben angenehmer machen durch die impfung also ich bin klar gegen eine impfpflicht man muss ja auch immer überlegen pflichten die ein staat auferlegt sollte auch durchführen und durchsetzen können und ich stelle mir mal vor die bilder das impfunwillige die sich impfen lassen könnten aber nicht impfen lassen wollen mit polizei vorgeführt werden also das kann ich mir gar nicht diese bilder kann ich mir nicht vorstellen nicht in einer freiheitlichen gesellschaft und deswegen bleibt glaube ich nur der appell zu überzeugen und zu sagen jawohl bitte denkt dran an euch an eure kinder aber auch an jeden anderen dritten der durch eine nicht impfung potenziell von euch persönlich mit gefährdet wird und ich glaube das muss man immer immer wieder sagen ich bin aber auch dagegen so faktisch so impfpflichten durch die hintertür auch das nicht wir sind ein freien land wo wir uns auf augen mir begegnen und da muss man die argumente miteinander wägen und bitteschön auch daran denken gemeinschaft verpflichtet und das gilt auch für diesen fall dann haben sie ja eben schon das thema der schulen angepeilt das thema impfen 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 damit die schulen geöffnet bleiben wie können wir außerdem außer der impfung den weg umgehen dass die schulen wieder geschlossen werden müssen gerade weil ja gerade jüngere bürgerinnen mehr angesteckt werden vom virus sie werden nicht mehr angesteckt vom virus das glaube ich eine falsche betrachtung es ist einfach so dass der virus da besonders leicht anstecken kann weil in anderen bereichen wie frau amswerk gesagt hat ja faktisch gehemmt wird das ist so eine hürde da kommt der da kommt das virus schwer rüber da gibt es impfdurchbrüche das ist gar keine frage aber im wesentlichen ist man insbesondere vor schweren verläufen schon nach der ersten impfung geschieht geschützt und vor krankenhausaufenthalt mit höchster wahrscheinlichkeit auch nach der zweiten impfung vor jeglicher form und sterben tut man dann auch nicht mehr an diesen geschichten und das ist sollte sich jeder überlegen der meint er kann das risiko eingehen sich nicht impfen zu lassen nach dem motto die anderen sind ja geimpft das kann jeden ungeimpften schwer schnell überraschen und da ist nämlich genau die situation dass an unseren schulen die meisten bisher noch ungeimpft waren und deswegen da das virus natürlich dann noch seine anführungsstrichen spielwiese findet deswegen finde ich sehr gut dass wir jetzt auch an den schulen ein niedrigschwelliges angebot über impfteams haben die speziell unsere schulen gehen und die jugendlichen die bereit sind sich impfen zu lassen auch impfen jede impfung jeder piks hilft ja also ich glaube herr striz und ich sind gar nicht so weit auseinander an der stelle nur sozusagen dass ich jetzt ein stück weiter gehen muss und möchte weil ich merke dass das was sie formuliert haben mehr striz und da war ich ja auch die ganze zeit voll mit dabei aber es reicht eben ja nicht also wir merken ja dass wir jetzt an einem bestimmten punkt nicht weiterkommen und das eben eine relevante gruppe von menschen gibt irgendwie 20 millionen oder so die sich theoretisch impfen lassen könnten aber es nicht tun und nur das um das klar zu stellen motiviert mich dazu zu sagen wir müssen noch mal ein bisschen härter sozusagen in die maßnahmen reingehen um diese gruppe von leuten wirklich zum zum impfen bewegt zu bekommen damit die schulen aufbleiben weil mein vertrauen das sage ich auch mal ganz deutlich ja dass die schulen einfach per sie offen bleiben das ist nicht mehr so groß nach diesen letzten anderthalb jahren ja wo wir wirklich echt viel verlangt haben von den lehrer lehrkräften den erziehern den schülerinnen und schülern so und diese gruppe die sich jetzt nicht impfen lässt die muss motiviert werden und ich glaube das geht nur ja also andere nennen es impflich durch die hintertür das halte ich für quatsch weil wenn es eine persönliche entscheidung ist ja dann gehe ich halt nicht ins kino und lasse mich eben auch nicht impfen dann ist das keine einschränkung in dem sinne für die person sondern dann entscheidet sie das bewusst für sich und ich möchte aber motivieren dazu eine andere entscheidung zu treffen und das heißt für mich das normale leben muss weitergehen für die die so solidarisch waren aber es gibt ihm einschränkung für die die es nicht sind und das halte ich in der jetzigen situation für vertretbar deshalb ärgere ich mich sozusagen über die beschlüsse meiner eigenen landesregierung weil ich sie nicht nachvollziehbar halte ja tests wieder kostenpflichtig zu machen und auf 3g zu gehen statt auf 2g halte ich zum jetzigen zeitpunkt für nicht angemessen und das gefährdet in meinen augen dieses ganze thema schulöffnung schulschließung kann sein wenn wir uns alle in die in die augen gucken und sagen nie wieder die schulen dicht weil das war zu krass ja dann okay aber ich weiß aus der erfahrung der letzten anderthalb jahre wenn es zum schwur kommt sind die die am wenigsten vertreten sind in der politik immer die die auch am meisten leiden und das und nicht gehört werden und das sind in der regel die schülerinnen schüler und vor allem die kleinkinder leider dann wollen wir das thema corona jetzt erst mal abschließen und dann kommt zu einem nächsten großen thema und zwar zum klimawandel was wird denn ihre partei sofern sie in der nächsten regierung sein sollte oder tatsächlich als kanzler oder kanzlerin tätig sein wird was wird sie ändern die also die cdu bekennt sich zu dem beschluss des der großen koalition die wir in diesem kabinett ja noch beschlossen haben im nachgang zu dem urteil des bundesverfassungsgerichtes und nach nun der die klimaneutralität in deutschland bis zum jahr 2045 hergestellt werden soll ich muss sagen das ist ein sehr mutiger beschluss über den wir uns und seine folgen noch sehr ernsthaft werden streiten müssen weil er natürlich bedeutet dass wir erhebliches erhebliche potenziale heben und realisieren müssen und das geht nicht ohne dass es einen dann auch betrifft um zum beispiel die gesamte industrie die wir haben nehmen sie mal den bereich der aluminium industrie nehmen sie mal den bereich der autoindustrie jetzt reine produktions nicht mehr bei uns im wahlkreis sie werften sich vorzustellen dass die alle co2 neutral produzieren ist schon intellektuell jetzt eine herausforderung das in die praxis umzusetzen eine ganz starke herausforderung oder nehmen wir zum beispiel den bereich mit mit dem verkehr klar kann man sagen e-autos wir haben zurzeit in deutschland rund 47 millionen kraftfahrzeuge davon sind jetzt gut eine millionen e-autos haben wir eine gewisse vorstellung wie lange das dauert bis das umgesetzt ist weil natürlich nicht jeder die möglichkeit hat auch bei einer entsprechenden wie heißt das so schön prämie sich dieses zu leisten die ladeinfrastruktur ist vorhin zu recht als notleidend angesprochen worden aber selbst wenn wir das schaffen würden mit der ladeinfrastruktur gibt es ja berechnung dass wenn allein 500.000 am tag sich zum gleichen zeitpunkt entscheiden sollten in ganz deutschland aufzuladen bricht das eben bricht das netz zusammen so das heißt wir haben gar nicht die kraft die stromkapazitäten die wir dafür brauchen also all das muss mitgedacht werden und das zeigt vielleicht sei es nun an den beiden um mal deutlich zu machen was dafür ein riesen apparat an herausforderung anforderungen umsetzungsnotwendigkeiten ist das wird uns erheblichst in anspruch nehmen und insofern ist das nicht klein zu denken was da vor uns steht punkt eins punkt zwei wir machen dies auf dem hintergrund dass wir zurzeit als deutschland eine sinkende co2 last waren wir minus 50 millionen tonnen vergleich zu 1990 wir liegen zurzeit im anteil der co2 ausschuss weltweit bei rund 1,8 prozent das kann man weiter reduzieren wollen wir gemeinsam weiter reduzieren aber wir müssen auch unseren blick richten auf wo die 98 prozent her kommen weil das sind die die das weltklima massiv beeinträchtigen und da glaube ich müssen wir außenpolitik und deswegen steht außenpolitik bei uns auch mit am anfang unseres programms stärker als klimapolitik begreifen wir müssen wege finden klimapartnerschaften weit über unsere grenzen hinaus zu spannen wenn wir wirklich dazu beitragen wollen dass der co2 ausstoß sinkt und nicht weiter steigt denn nachdem er in deutschland gesunken ist um 15 millionen tonnen ist er international um 3,8 milliarden tonnen angestiegen das verkraftet unsere erde auf dauer nicht und deswegen müssen wir außenpolitische mittel nutzen um klimapartnerschaften zu versetzt zu verwirklichen punkt 1 punkt 2 dazu ist auch die eu ganz enorm wichtig begrüße dass die eu so massiv jetzt auch in den klimazielen zumindest zusammen steht aber auch diese auch als eu selber aber auch außerhalb der eu stärker mit umsetzen zu helfen das glaube ich ist ein zentraler punkt weil viele länder auf dieser welt wo die mehrheit der menschen wohnt und immer stärker wächst die weltbevölkerung in dem bereich nehmen sie asien nehmen sie afrika nehmen sie südamerika da müssen wir helfen eingreifen um dort wirklich massiv auch mit dazu beizutragen großes große anteile von co2 zu senken und nicht zuzulassen oder in anführungsstrichen zuzulassen das entscheiden die ja immer selber deswegen muss man mit denen reden das ist dann politik die entwicklungsschritte zu gehen die bisher zu dem aufbau des co2 potenzials gewirkt haben also jede menge jede menge aufgaben und deswegen sage ich ja auch für unseren wahlkreis für mein wahlkreis in kiel halten holz und kunzhagen universitäten stärken fachhochschule stärken zusammenbringen um neue ideen zu entwickeln die wir innovativ in mitteln der marktwirtschaft dann auch in anwendung bringen das kann man dann gut exportiert und auch das trägt dann zum klimaschutz bei danke ja sind viele sachen angesprochen worden ich glaube das erste was man festhalten muss ist das klimaschutz jetzt nicht nur über einen co2 bepreisung oder so läuft ja und klar ist auch natürlich kann deutschland nur ein teil dazu beitragen wir werden nicht das problem lösen für die welt leider wenn es so einfach wäre glaube ich wäre schön aber das entbindet uns ja nicht davon dass wir das was wir international vereinbart haben auf der pariser klimakonferenz zur erreichung des 1,5 grad ziel dass wir das irgendwie außen vor lassen sondern wir müssen gucken national das argumentieren ja immer viele wir alleine schaffen das ja gar nicht und da sind andere die noch viel schlimmere sachen machen wir müssen halt gucken das ist unser das ist das was wir vereinbart haben in paris wie wir für uns das ziel erreichen und deshalb sind wir null aus der verantwortung zu nehmen wenn sich andere in andere richtungen entwickeln oder irgendwas ja sondern wir müssen damit guten beispiel vorangehen zumal unsere emissionen unser ja unser leben so wie wir hier wirtschaften und leben ja krasse auswirkungen hat für andere teile dieser welt so die im übrigen einen viel geringeren abdruck haben als wir das sozusagen vorweggeschickt klimaschutz für uns bedeutet eben nicht nur das klassische sondern dass es sektorenübergreifend funktionieren muss ja also wir reden von einer verkehrswende wir reden von einem ökologischen umbau einer transformation unserer wirtschaft wir sprechen von einer anderen agrarpolitik und müssen sozusagen über diese verschiedenen sektoren versuchen maßnahmen auf den weg zu bringen die dann auch deutlich am ende zu einer verringerung der emissionen führen und verkehrspolitik aber auch die bauwirtschaft und so sind natürlich so große brocken da wird es einschränkungen und maßnahmen geben die diesem ziel dienen die sicher auch zu einer veränderung hier vor ort führen wir haben aber auch immer gesagt klimaschutz ohne wirtschaftskraft oder ohne die wirtschaftlichkeit unseres landes kann es gar nicht geben ja wir sehen es eher andersrum wir sagen sozusagen wirtschaftlichkeit und klimaschutz sind also unabdingbar aneinander gekoppelt und wir sehen eine große zukunftschance da drin glauben dass viele technologien sich überholen und wenn wir nicht dafür sorgen dass wir in deutschland da mit anderen technologien kommen und ja uns auch fort entwickeln und darin auch investieren dann verlieren wir international den anschluss und ich finde das beste wo man sehen kann ist die automobilindustrie und da müssen wir einfach zur kenntnis nehmen dass wir da wirklich ganz schön was verpennt haben kollektiv politisch aber auch die industrien hier im land und deshalb diesen fehler wollen wir nicht wiederholen sondern wir wollen international anschlussfähig bleiben das heißt wir müssen dann auch mit der zeit gehen für unsere wirtschaftlichkeit und fürs klima ohnehin ja deshalb ist das so ein mix aus maßnahmen was unser ganz wichtig ist weil das haben wir natürlich auch verstanden dass viele menschen sich sorgen machen dass das leben teurer wird dass wir es nicht loskoppeln können von der sozialen frage und wenn man ehrlich ist ist klimaschutz eine soziale frage und zwar nicht erst wenn die grünen kommen regieren und krasse maßnahmen umsetzen sondern ja jetzt schon denn wer wohnt an den dreckigsten straßen kreuzungen hat gesundheitliche probleme dadurch zu ertragen wer kann das schöne häuschen im grünen nicht haben wo man eben auch abseits von städten gut leben kann aber gut angebunden ist ja wie ist das sozusagen auch mit der arbeitsbelastung diese ganzen fragen spielen da ja mit rein und deshalb ist es wichtig auch klimaschutz sozial verträglich zu gestalten und da wo es nicht geht sich die frage zu stellen wie können wir als politik als staat da auf unterstützen also das muss man zusammen denken möchte ich damit sagen und wir müssen da auch zu einer größeren chancengerechtigkeit kommen die frage klimaschutz soziales ist also eine die sich jetzt schon akut stellt und da ist es mir zu wenig wenn manche sagen ja gut das wird hier alles teurer mit klimaschutz die wahrheit ist es ist jetzt schon teuer und zwar die gesundheit der menschen die lebensmittelqualität die frage wie wir wirtschaften und auf wessen kosten wenn das nicht hier vor ort zu sehen ist dann kann man spätestens irgendwie dahin gucken mit den ländern mit denen wir handel betreiben oder wo wir märkte durch unsere agrar subventionen kaputt machen ja also wer es nicht vor der haustür sieht braucht nur ein bisschen weiter gucken und weiß dass wir auch das sozusagen auf kosten anderer tun und das ist nicht fair so zunächst einmal schuldigung ich glaube ich bin von raus geflogen keine ahnung warum so also zunächst einmal finde ich dass das argument herr stritzel gestatten sie mir als eines der größten wirtschaftsmächte auf der welt zu sagen die anderen sind ja irgendwie viel größer und viel einer mit verlaub mit verlaub also wir müssen hier und da bin ich ganz bei meiner kollegen diese amtsbeck wir müssen hier sozusagen auch vorreiterinnen und vorreiter sein weil letztendlich geben wir als deutschland oder können wir als deutschland natürlich auch den takt vorgeben weil im moment ist es so dass die anderen natürlich schauen ist es möglich kann es möglich gemacht werden geht es überhaupt sozusagen raus aus den fossilen fossilen energien hin zu erneuerbaren energien und gerade wir entschließt die kommission haben das damals ja bewiesen schon vor 20 25 jahren was da alles möglich ist und hier auch vorreiterinnen dann in diesem bereich dann auch gewesen ist also sozusagen den finger auf die anderen zu zeigen so nach dem modium verbrauchen alle viel mehr was ja so ja auch gar nicht stimmt und dann fangen wir dann auch mal ein bisschen langsam an also so wird er ist ja kein schuh draus ganz im gegenseit gesagt also nicht falsch zitieren ich habe auch den unterschied das verhältnis von zwei prozent zu 98 hingewiesen ja das ist grundrechenart aber ganz ehrlich so funktioniert das nicht sondern wir sind alle sozusagen wir sind alle müssen unseren beitrag dazu leisten und als europa haben wir uns ja auch schon entschieden dass wir gemeinsam diese verantwortung dann auch angehen werden und ich bin der festen überzeugt dass gerade wir in deutschland sehr sehr wohl auch hier zeigen können dass man dass eine wirtschaftsmacht sich auch umbauen kann um hier dann auch die klimaschutzziele einzuhalten und noch einmal wir werden und da müssen sich dann auch mal die einen oder anderen auch mal entscheiden vor ort das eine zu sagen und woanders was anderes wir werden nicht drumherum kommen die erneuerbaren energien massiv weiter auszubauen wenn wir kohlekraftwerke auf der einen seite abschalten wollen die atomkraftwerk auf der anderen seite abschreiben dann brauchen wir hier natürlich auch erneuerbare energie das heißt ausbauen 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 das ist das eine und dann kann das nicht sein so wie hier in schleswig-holstein im moment gibt es nur sozusagen sonder genehmigungen für den für den windausbau das heißt da müssen wir viel schneller voranschreiten und das darf dann nicht zig jahre dauern sondern nur wenige monate dass wir da ausbauen können auf der anderen seite ist das diskutieren wir auch wie sieht es aus mit solarpflicht bei neubauten insbesondere können wir dann natürlich auch als staat mit unseren eigenen liegenschaften dann natürlich vorangehen wie sieht es aus wenn an der fh in dietrichsdorf von euch beiden dabei kreis wenn da dann ein neuer gebäudeteil gebaut wird und das erste was sozusagen gestrichen wird sind die energetischen maßnahmen beziehungsweise die wärmepumpe damit sie sich auch tag auch selbst zum beispiel dann auch mit solar also das das sind alles maßnahmen die kann man selber sehr sehr gut machen und da auch der taktgeber die taktgeberin sein und auch die öffentliche hand 60 prozent aller investitionen die getätigt werden vor allem im baulichen bereich das kommt von der öffentlichen hand das heißt wir können hier auf jeden fall taktgeberin taktgeber sein und noch einmal zusammenfassend müssen wir natürlich dafür sorgen dass der strom nicht weiter dass die strompreise dann auch gesenkt werden indem wir dann natürlich den ausbau mit voranschreiben die ee umlage dann weiter abgesenkt wird weil da bin ich auch ganz bei luise am specks kann nicht sein dass diejenigen am ende die zeche dafür zahlen um ehrlich zu sein die den kleinsten co2 fußabdruck da muss man ja auch mal so ehrlich sein also das heißt der umbau der wirtschaft muss einhergehen mit der umbau der mobilität muss einhergehen mit dem umbau im bereich landwirtschaft muss einhergehen und das sind die verschiedenen sektoren das ist auch nicht neu das denken wir uns auch nicht aus sondern alle sektoren sind schon lange bekannt und alle sektoren sind beauftragt auch über die ministerien zu schauen wer welchen beiträgt dazu leisten kann und ich bin der festen überzeugung dass wir es in deutschland schaffen können und es wird auch viel viel schneller voranschreiten bei die wirtschaft herr stritzel ganz ehrlich die ist schon viel weiter als die politik also wenn ich unterwegs bin im land dann erlebe ich dann wenn ich in der raffinerie in heide bin die sozusagen schon ein an einem kerosin arbeiten mit erneuerbaren energien also einen grünen an grünen sozusagen stoff herstellen und sagen wir können mit wasserstoff haben wir schon vor 25 jahren gearbeitet nun stellt jetzt aber endlich mal die systeme um damit alles dann auch in eine richtung gehen kann und dass man mal wegkommt von dieser wackelpartie wo entscheidet man sich dann was die rahmenbedingungen angeht die wichtig sind die bei den zielen haben uns jetzt ja geeint und jetzt geht es um die rahmenbedingungen hier tatsächlich rahmenbedingungen auch als politik zu definieren hier mutig zu sein damit sozusagen alle auch wissen welche richtung denn auch gelaufen werden kann um hier dann auch weiter drin zu arbeiten und machen uns auch nichts vor wir werden auch weiterhin auch energie importieren müssen das machen wir jetzt auch schon also man muss ja nicht so hinstellen als müssten wir sozusagen die gesamte energie die jetzt verbraucht wird selber produzieren haben wir jetzt machen wir jetzt auch nicht es ist ja es ist sehr schräg das zu glauben und auch da machen sich andere länder schon auf den weg hier im bereich erneuerbaren energien dinge sozusagen auf den weg zu bringen das heißt man ist da schon viel viel weiter als man eigentlich denkt und ich glaube dass es an uns liegt an der politik liegt diese erzählung auch tatsächlich gemeinsam voranzuschreiten ich kann ja verstehen dass man technisch aus dem system raus fliegt aber das kann ja nicht dazu führen dass sie hinterher mich für dinge in anspruch nehmen die ich gar nicht gesagt habe das habe ich jetzt und dann sollte man auch nicht diesen eindruck erwecken das will ich nur mal sagen und es ist ein faktor dass wenn sie die zurzeit verfügbaren e-autos alle zum gleichen zeitpunkt aufladen dann wird das deutsche stromnetz um das fünffache überzeichnet sein und der hinweis aufs eu netz hilft dabei nicht viel außer sie sagen ich bin bereit aus polen kohlestrom aus tschechien atomstrom und aus frankreicher stromstron einzukaufen dann sagen sie das das reicht bei weitem nicht in der kapazität ja aber deswegen ist es ja immer auch wichtig zu sagen dass mobilität eben nicht nur aufs auto und auch nicht nur aufs e-auto berechnet werden kann sondern dass wir da einen größeren umbau brauchen ich möchte mit einer zahl kurz aufräumen weil mich das wirklich nervt dass ich das mal wieder höre ja zwei prozent der weltweiten co2 ausscheidungen kommen aus deutschland natürlich werden wir das große rad nicht drehen aber wenn man sich vorstellt dass wir nur ein prozent der weltbevölkerung ausmachen dann ist diese zahl in einem verhältnis zu setzen und deshalb ja das stimmt zwei prozent aber sozusagen da auf klimaneutralität zu setzen ist trotzdem richtig ja und wir leben einfach deutlich über dem was gerecht ist im vergleich der welt da immer auf andere zu verweisen ich kann das nicht mehr hören ja außerdem müssen wir mal auch ein bisschen vorbild funktion wir wir ruhen uns immer so darauf aus dass wir deutschland starke stimme in der eu starke stimme in der welt wir müssen irgendwie im kontext europa auch den großen anderen großen was entgegensetzen und selbstbewusst und autark und dies und das ja das gelingt nur wenn wir zeigen dass es möglich ist und ich glaube daran dass es möglich ist herr strieze ich will das nicht so einfach auch das tun doch auch schon wir tun doch erheblich ist wir tun viel zu wenig nur in eindruck zu erwecken wir würden es nicht tun und ich finde klimaschämtliche subvention dann muss ich doch über die frage nachdenken wie viel co2 wird imitiert und dort wo am meisten imitiert muss ich am meisten mithelfen zu sagen naja es ist ein bis finsten gerechtigkeitsproblem wenn du bei 1 auf 1,6 alles wunderbar aber ich muss dazu beitragen dass die 98 prozent gestoppt werden das ist doch aber ja natürlich und da hält sich auch keinem von an aber diese 98 prozent sie wissen das doch wie das mit der internationalen die war noch auch im bundestag funktioniert wenn man selber nicht liefert kann man auch nichts von anderen erwarten so einfach sieht man ja in der diplomatie immer wieder und deshalb ist es eben wichtig dass wir das ziel erreichen wenn wir wollen dass andere auch daran glauben dieses ziel erreichen zu können da ist deutschland ein zentraler motor und deshalb müssen wir da vorangehen und ich glaube sozusagen das stimmt ja dass die wirtschaft uns da ja schon überholt sozusagen in unserem denken ja wenn ich mir vorstelle dass stahlproduktion grün funktionieren kann wie krass hätte ich nie gedacht niemals ja wenn ich sehe dass in nordfriesland man überschüssigen strom in wasserstoff übersetzt und dann den öffentlichen nahverkehr betreibt das war nicht was politik gefördert hat sondern das ist die innovationskraft der anderen das einzige was glaube ich auch frau mit jatli und ich hier sagen ist da müssen wir mehr rein wir müssen da wirklich mehr anreize schaffen und diese unternehmen unterstützen und nicht nur darauf setzen dass wir kluge leute haben sondern das auch entsprechend politisch flankieren gar nicht so weit auseinander na gut dann los geht's so ich muss jetzt leider wie du samsbeck auch raus ich habe den nächsten termin was machen wir denn herr karl sie könnten dann sovielst erstmal dazu ich hätte sehr gerne noch länger mit ihnen gesprochen sie hätten jetzt aber jeder noch wir haben am wenigsten geredet sie hätten jetzt aber jeder noch mal zeit worte an ihre oder an die bevölkerung zu rechnen dann fange ich mal an und dann verabschiede ich mich auch ja wenige tage noch bis zur bundestagswahl und deutschland hat tatsächlich die wahl einen neuen kanzler eine neue kanzlerin zu wählen wir als spd sozialdemokraten haben unsere position klar dargestellt für was wir stehen was wir auch zuerst umsetzen wollen das will ich jetzt nicht alles noch mal wiederholen nutzen sie bitte ihre stimme das ist glaube ich das wichtigste was alle demokratischen parteien sich erhoffen dass viele viele menschen von dem wahlrecht gebrauch machen es ist nicht nice to have ganz im gegenteil in vielen vielen anderen es ist viel schwieriger dieses recht was man hat frei wählen zu dürfen sich frei entscheiden zu dürfen es ist nicht überall eine selbstverständlichkeit es ist ein privileg für die nächsten vier jahre tatsächlich noch mit seiner stimme mit ihrer stimme dann auch entscheiden zu können welche richtung sich das land bewegt für uns wäre es wichtig dass es klimaneutral ist es ist soziales und vor allem dass der respekt für die menschen im mittelpunkt steht 26 9 zwei stimmen für die spd vielen herzlichen dank dankeschön oder zwei stimmen für die grünen und zwar das ist natürlich ein mieses format an der stelle nein wie soll ich das machen ja ja ich verstehe das ja nimmst mir nicht übel dass ich für die grünen werbe werbe aber für mich ist entscheidend also ich knüpfe da an ja wählen gehen unbedingt weil es ist ein privileg ich selber kommt bin ja geboren in der ddr und mein vater ist in dem ddr-regime groß geboren er hatte nie eine freie wahl und wir sind schon echt wir leben in einem tollen land mit einer stabilen demokratie und wenn wir uns alle beteiligen und nicht die nazis wählen sondern stabil demokratisch bleiben dafür waren heute drei stimmen da dann wird es auch weiter auf diesem fahrt gehen mit unserem land ich kann so sagen ich glaube klimaschutz darf nicht nur einfach reingeschrieben werden in die programme sondern es muss auch gelebt und wirklich ernsthaft vertreten werden dafür werden viele maßnahmen notwendig werden die einzige partei die dafür ein konsequentes programm vorgelegt hat sind die grünen und zwar nicht weil wir immer schon alles besser wussten sondern weil wir wissen dass die zeit wegläuft und dass wir ja aufhören sollten als ältere sage ich mal in diesem land politik zu machen für den für den gegenwärtigen zustand sondern wirklich gucken müssen was hinterlassen wir den jüngeren generationen was ist wenn mein wird er 35 ist 36 so alt wie ich jetzt welche welt wird er vorfinden und ich glaube da braucht es mehr zug hinter dass die beiden anderen hier vertretenen parteien das eben nicht so konsequent tun würden wie wir zeigen die letzten zwölf bis 16 jahre regierungshandeln also wer für klimaschutz will muss auch die grünen wählen aber grundsätzlich gilt ja hier sind alles stabile demokraten die hier anwesend waren heute ja wählt demokratisch und wählt vor allen dingen und dann müsst ihr euch selber entscheiden welches thema für euch ganz besonders wichtig ist und dann findet ihr auch den richtigen weg herr strieze ich übergebe ja wenn zwei streiten spricht meist viel für den dritten das wäre in diesem falle ich wenn denn eins ist klar für den wahlkreis alten holz kiel und kronzhagen sollte ihre erst stimme stritzel stimme sein sie haben natürlich zweite stimme da geht es um die cdu und wir haben glaube ich das bessere programm es geht darum wirtschaft und umwelt wohlstand zusammen zu denken denn vom wohlstand hängt unser gesamtes sozialsystem mit ab ist sonst nicht finanzierbar und deswegen sagen wir initiative das was uns stark gemacht hat eigenverantwortung das zu stärken und nicht durch staatliche vorgaben einzuengen nur so werden wir den geschriebenen weg auch der konkurrenzfähigkeit unserer produkte im weltmarkt auch im klimaschutz halten können beides wollen wir erreichen fortgreifen und fortschreitenden klimaschutz und wohlstand für unser land dafür haben wir unser programm vorgelegt dafür wollen wir kämpfen und natürlich geht es darum dass wir darüber hinaus uns überlegen wie geht es insbesondere unseren kindern unserer jungen generation die durch die corona krise gelitten hat ihnen zu helfen sie zu stabilisieren muss ein ganz wichtiges anliegen sein und ein deutschland muss auch sicher sein nach innen wie nach außen und wir bekennen uns zu unseren sicherheitskräften zu unserer polizei die einen schweren die in seiner corona krise zu leisten hatte zu unserer bundeswehr die glaube ich und das sieht man in ihrem einsatz dem letzten afghanistan wirklich vorbildliches leisten kann und geleistet hat deswegen sagen wir auch ja zur nato ohne äußere sicherheitskonzept wird deutschland in europa in der welt nicht wirken können weder für menschenrechte noch für klimaschutz deswegen sagen wir ja zu diesem bündnis und deswegen auch nein zu rot rot grün eine beteiligung der linken an der regierung darf es nicht geben das würde deutschlands wohlstand und sicherheit gefährden das wollen wir nicht und unser wahlkreis altenholz kiel und grund sagen der ist auch zu schön hat es nicht verdient rot rot grün zu werden deswegen am 26 september bei der bundes das war erst stimme stritzel stimme und zwei stimme cdu ja es war eine sehr interessante debatte es wurde diskutiert gerade zum ende wurde das noch mal interessant und jetzt bleibt alles in ihrer hand in eurer hand ist ihr habt die chance sie haben die ab kommender woche beziehungsweise kommende woche wählen zu gehen nutzen sie ihre stimme nutzt eure stimme jede nicht abgegeben stimme geht der rechten partei ab deswegen demokratisch der demokratisch wir können froh sein in einem demokratischen land zu leben oder leben zu dürfen deswegen egal wie ihr wählt hauptsache ihr wählt solange ihr auch nicht auch so nicht die rechte partei unterstützt so und jetzt gehen mal rein in den kandidaten in den check so fangen wir an mit der bundestagskanzlerin kandidatin annalena baerbock viel spaß das ist annalena baerbock annalena ist am 15 dezember 1980 in hannover geboren 2005 ist sie der partei bündnis 90 die grün eingetreten gehört seitdem zu einer festen kraft der partei nun ist sie bundeskanzlerkandidatin und hat folgende ziele a den kohleausstieg bis 2030 b die kinder in sichtfeld der politik holen natürlich den klimaschutz und die einrichtung von starken bürgerrechten liebe zuschauerinnen und zuschauer sie haben die wahl schaffen wir einen echten aufbruch oder verharren wir im weiter so die nächste regierung ist die letzte die noch aktiv einfluss auf die klimakrise nehmen kann und ich bin zutiefst davon überzeugt wir können das das ist eine riesen chance für unser land für ein gesundes und gutes leben für eine starke wirtschaft mit sicheren arbeitsplätzen für einen echten sozialen zusammenhalt das ist die aufgabe unserer zeit die aufgabe meiner generation unsere kinder unsere enkel sollen uns nicht fragen müssen warum habt ihr nichts getan sondern wie habt ihr das geschafft dafür trete ich an als ihre kanzlerkandidatin dafür stehen wir grün für eine moderne regierung die handelt bevor es zu spät ist sie entscheiden deutschland kann so viel mehr unser nächster kandidat zum bundeskanzler gehört der spd an und zwar olav schulz das ist olav schulz olav schulz ist der bundeskanzlerkandidat von der spd geboren ist am 14 juni 1958 in osnabrück er möchte kanzler werden und hat folgende ziele unter anderem die einführung eines mindestlohn von 12 euro die einführung von fernmieten und die einführung von stabilen renten es ist jetzt eine entscheidung über die zukunft deutschlands zu treffen und wir haben gesehen was unser land kann solidarität haben wir gezeigt bei der bekämpfung der corona krise solidarität haben wir zustande gebracht jetzt wo es darum geht denen zu helfen die opfer der flut geworden sind in nordrhein-westfalen rheinland-pfalz und einigen anderen landstrichen unseres landes und diese solidarität dieser zusammenhalt das brauchen wir auch für die zukunft deshalb setze ich mich dafür ein dass in dieser gesellschaft wieder mehr respekt herrscht respekt vor jedem und vor jeder dass wir dafür sorgen dass jede berufliche leistung dass jede lebensleistung anerkannt wird nicht nur während der corona krise sondern auch danach und das heißt auch dass diejenigen die heute wenig verdienen besser bezahlt werden müssen dass wir einen mindestlohn von 12 euro bekommen und stabile renten die es gibt wenn man für die sozialdemokratische partei stimmt und gleichzeitig geht es um deutschlands industrielle zukunft ob wir jetzt ganz schnell im nächsten jahr alle notwendigen entscheidungen treffen damit deutschland die wirtschaftliche kraft entfaltet auch in 10 20 30 jahren noch gute arbeitsplätze zu haben und damit wir gleichzeitig den menschengemachten klimawandel aufhalten können große aufgaben zu denen unser land aber fähig ist ich möchte ihnen dafür als bundeskanzler dienen und bitte sie deshalb um die stimme das für die sozialdemokratische partei armin laschet von der cdu den übrigens auch noch und da gehen wir jetzt auch noch mal rein in die kleine vorstellungsrunde das ist armin laschet armin laschet ist der kanzlerkandidat von der cdu geboren ist am 18 februar 1961 in archen er möchte kanzler werden und hat folgende ziele er möchte innere sicherheit er möchte den ausbau der infrastruktur außerdem möchte er den schutz der meere garantieren und eine stärkere bildung dazu hat er erfahrungen gesammelt und zwar seit dem jahr 2017 im amt des ministerpräsidenten aus dem bundesland nordrhein west vereine liebe zuschauerinnen und zuschauer wir drei haben jetzt 90 minuten diskutiert aber es geht nicht um uns es geht um sie es geht um vertrauen ich vertraue vor unserem land unseren arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern den unternehmen den gewerkschaften den forscherinnen und wissenschaftlern dass sie unser land stark machen können ich garantiere ihnen als bundeskanzler sie können mir vertrauen dass ich bürokratie abschaffe dass ich nicht gängele dass ich sie machen lasse dass wir ihnen nicht vorschreiben wie sie zu denken haben und wie sie zu reden haben und wie sie zu leben haben und so können wir es gemeinsam schaffen ein klimaneutrales industrieland zu werden ein land wirtschaftlich stark sozial und sicher dafür steht die union dafür will ich als bundeskanzler arbeiten ich will ein bundeskanzler des vertrauens werden und darauf für bitte ich um ihr vertrauen vielen dank das war die folge 66 vom klär wochentalk ich hoffe euch hat sie gefallen ich hoffe ihnen hat die folge gefallen sie gehen alle wählen ihr geht alle wählen deswegen es ist alles in eurer und ihrer hand wir sehen uns nächste woche hier wieder beim klär wochentalk zu einer live ausgabe vom wochentalk um 18 uhr wir blicken direkt live rein die wahl ergebnisse in die voreiligen wahl ergebnisse wer denn unser bundeskanzler oder unsere bundeskanzlerin nach angela merkel wird bis dahin wünsche ich euch und ihnen schöne woche bleiben sie gesund bleibt gesund und alles gute